Alles klar schon? Wunderbärchen? Was kennt Jen? Er wurde schon gejaugt? Was? Hier draußen steht kein Jen? So erstmal einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Survivor. Wieso sind... wo sind denn hier die ganzen Jensen? Aha, hier hab ich ihn. Ihr Fäule! Ok, erhol den Grotto. Dann gehts los. Ich muss mit 2 spielen heute, denn ich habe eine Spalteaufgabe mit ihm. Also muss ich so lange mit 2 spielen, bis ich die geschafft habe. Die Pilze machen das schon, oder? Ja, die Pilze machen das. Hallo, wie macht's? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? So, ich hätte mal den ersten schon fertig. So, mal nebenbei. Wie sie hier spielen. Nächstes Mal zu dir. Habe ich dich gefunden. Soll ich dich mal heilen? Hinten, okay. Sehr schön. Ich sollte mal den retten gehen. Und der einzige, der noch unverletzt und ungehangen ist. Guck mal, da habe ich einen zweiten gefunden. Dann holen wir runter. Ich würde dich heimeln. Ja, jetzt. So, dann renne ich mal rüber zu der anderen. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja. So war es nicht geplant. So war es nicht. Jetzt ist die tot. Jetzt habe ich meine Aufgabe nicht erfüllt. Ach, schade. Jetzt bin ich wieder zu langsam. Dann muss ich noch mal mit zwei dran. Oh je, oh je, oh je, oh je, es kommt was angedöpselt. Es kommt was angestöpselt. Ich wollte noch bis zur Palette kommen. Warum habt ihr euch nicht erst mal fertig geheilt? Warum machen ihr sowas? Ja, komm weg hier. Komm her. Ich hätte dich aufgeheilt. Mano. Junchen? 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 Ah, der ist weg. So ein Scheiß. Warum der jetzt überhaupt weggerannt ist, frage ich mich. Hier unten ist doch meistens... Genau, vielleicht habe ich hier eine Kiste? Wende ich das doch schon mal? Ja. Yay, American! Ja. 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 Ich weiß nicht, wie er läuft. Ja. 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 Vielleicht hab ich's Glück. Was wird er denn von mir? Hallo? Ich verblute ihr! Was ist denn da? Na, da kannst du mich nicht hin. Na ja, dann mach. Ah ne, das ist eine Luke. Lauf ich rein. Dankeschön! Ich hab meine Tagesaufgabe fertig. Hahahaha! Tschüss! Tschau! 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 Tschau!